Guten Tag, mein Name ist Bormann. Ich bin Lehrer in Berlin. Mein letztes Video handelte von meiner Maskenmenschphobie und wie ich darunter leide und dass ich jetzt zum Arzt gehe. Und ich war jetzt beim Arzt. Es ist tatsächlich alles andere als erfreulich, was dabei rausgekommen ist. Eigentlich wollte ich ja nur eine Maskenbefreiung, aber jetzt bin ich eine Woche krankgeschrieben. Bis zu den Herbstferien. Und dann sind ja erstmal sowieso zwei Wochen frei und wie es danach weitergeht, weiß ich nicht. Was ist passiert? Ich war bei meinem Hausarzt. Der hat festgestellt, dass mein Puls zu hoch ist. Dass mein Kreislauf irgendwie im Leerlauf pumpt, dass das nicht so richtig ist. Der hat mich gleich zum Kardiologen weitergeschickt. Der Kardiologe hat mich auseinandergenommen, so wie man das bei so einem Erstbesuch dann macht. Bei dem war ich noch nicht. Und der hat dann gesagt, mein Leerlaufpuls liegt bei 130 und das könne so nicht angehen. Ich habe jetzt ziemlich harte Medikamente bekommen, damit der Puls wieder runter geht. Und ich werde die jetzt einnehmen und mal schauen, was passiert. Ich habe auch gefragt, ob das psychosomatisch verursacht vielleicht haben könnte oder durch diesen Alltagsstress passieren könnte. Davon geht er erstmal nicht aus. Er hat einfach ein paar weitere Untersuchungen angesetzt. Von Mittwoch auf Donnerstag steht mir ein Langzeit-EKGB für. Von Donnerstag auf Freitag muss ich irgendwie eine Schlafmessung machen. Ich weiß nicht, was da ansteht. Also, es kann gut sein, dass ich Schlafstörungen habe und es dadurch bedingt diese Herzrhythmusstörungen, dieses Herzkammerflimmern oder was da alles festgestellt wurde, dann verursacht werden. Das geht ja jetzt schon ein ganzes Weilchen so. Ich habe es ja auch schon gespürt. Ich hoffe, wir kriegen das in den Griff. Eine schöne Nebenwirkung meiner Krankschreibung ist natürlich jetzt, dass ich all diese Masken-Tomys nicht sehen muss. Das ist eine deutliche Entlastung und allein das wird rein gefühlsmäßig so schon ein bisschen helfen. Also, ich bin nicht in Quarantäne, weil mein Sohn positiv ist. Achso, das hatte ich ja noch gar nicht mitgeteilt, glaube ich. Aber es ist auch eine lustige Geschichte. Mein Sohn ist wiederum positiv getestet worden. Könnten ja wieder alle so aus allen Wolken fallen. Das ist bestimmt auch eine weitere Testung, die man in dieser Statistik jetzt findet. Also, ich glaube auch, ein zweites Mal positiv getestet wird einfach ganz normal mitgezählt. Also, wenn Sie jetzt jeden positiven Doppelt messen, haben Sie natürlich auch doppelte positiven Zahlen in der LKI-Statistik. Ich will das nicht behaupten, Sie müssen es einfach mal prüfen. Ich habe es noch nirgendwo gehört, dass es geprüft wurde. Also, bei dem Chaos, was wir jetzt erlebt haben in den Gesundheitsämtern, was da alles so gemacht wird, kann ich mir nicht vorstellen, dass da vernünftig gezählt wird. So, jetzt haben wir natürlich gefragt, können wir uns da immer noch anstecken? Nein, sagt das Gesundheitsamt, weil beim zweiten Test, da haben sie einen vernünftigen Test gemacht, da haben sie gleich festgestellt, dass das, was sie da getestet haben, nicht infektiös ist. Aha, habe ich gedacht. Das können die also. Warum kriegen wir denn vom RKI immer nur die Zahlen der positiven PCR-Tests geliefert? Weil, wenn man da die nicht-infektiösen abzieht, bleibt ja vielleicht gar nichts mehr übrig, worüber man sich überhaupt noch aufregen muss. Okay, also, meine Videos stehen unter Beobachtung und werden womöglich gelöscht. Feel free to download and upload somewhere else, ja. Ihr seid nicht alleine, wenn ihr irgendwas gegen dieses Corona-Regime habt und ihre Lügengeschichten. Wir entlaufen sie Tag für Tag in unserem Bekanntenkreis, überall, wo wir irgendwo einen Zugang zu irgendeinem Mikrofon und irgendeine Kamera finden, werden wir deren Lügengeschichten erzählen und sie veröffentlichen sofort, ja. Bitte auf meinem Kanal auch die Glocke anklicken, damit das Video sofort erscheint in der Anzeige. Das habe ich früher nicht gemacht, das wusste ich nicht, dass dem so ist, aber so. Macht mit meinen Videos, was ihr wollt, ja. Außer mich verarschen. Tschüss.